Spinat lässt deine Muskeln wachsen, alles über dieses tolle Superfood und wie es dir als Sportler und figurbewussten Veganer richtig, richtig hilft und was du dabei beachten solltest, um das Maximale aus Spinat rauszuholen, das erfährst du jetzt in dieser Superboost-Episode. Hallo, ist wieder dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ja, mir geht es natürlich hervorragend, wenn ich mein Lieblingsgemüse nach Broccoli natürlich hier in der Hand habe und das ist definitiv Spinat. Wie du weißt, liebe ich grüne Smoothies und in diesem Podcast zeige ich dir nicht nur, was du Tolles mit Spinat auch machen kannst, nämlich geile, geile Rezepte, die du auch in diesem YouTube-Video hier siehst, falls du den Podcast hören solltest, aber auch natürlich in den Shownotes verlinkt unser Artikel zum Thema Spinat. Ja, nicht nur, was du damit Geiles kochen kannst, sondern was Spinat natürlich eben auch für deine Gesundheit und letztlich eben auch für dein Muskelwachstum und deine gute Figur macht. Und am Ende der Episode gebe ich dir noch einen kleinen Hinweis, auf was du achten darfst, wenn du Spinat isst, denn da ist eben auch sehr viel Oxalsäure drin, gerade in rohem Spinat und da dürfen wir ein bisschen aufpassen. Ja, du kennst wahrscheinlich den Comic-Held Popeye, also ich bin mit diesem Typen aufgewachsen und der wird stark durch Spinat. Nur eine Dose und seine Muskeln wachsen ins Unermessliche. Damals hat man, glaube ich, so ein bisschen den Eisenanteil vom Spinat überschätzt, aber auch heute isst Spinat noch aus meiner Sicht eines der gesündesten Lebensmittel und sehr gesund. Und es kann wohl auch zum Muskelwachstum helfen. Durchaus gab es da Studien, die ich dir eben auch verlinkt habe, dass der Spinat vor allem bei Mäusen in diesen Studien definitiv zum Muskelwachstum verholfen hat. Spinat wurde eben auch von Popeye gedopt, haben wir ja schon gesagt. Und das vor allem, das darin enthaltener Eisen soll neben dem Protein natürlich das Muskelwachstum beschleunigen. Und US-Wissenschaftler der Rutgers-Universität in New Brunswick haben herausgefunden, dass das Muskelwachstum durch bestimmte Substanzen im Spinat angeregt werden kann. Doch leider reicht dafür nicht nur eine Dose Spinat, wie beim Comic-Helten der Fall ist, sondern es war bei den Mäusen oder zumindest in diesen Gruppen so, dass da täglich ein Kilo Spinat verabreicht wurde. Allerdings kann natürlich eben auch geringere Mengen schon diesen Anreiz geben. Also in dieser Studie wurde eben Nager in zwei Gruppen erteilt und auf eine Popeye-Diät gesetzt. Die eine Studie-Teilnehmer haben eben Spinat bekommen, die anderen eben nicht. Und tatsächlich haben die Forscher dann nachgewiesen, dass in der Gruppe, in der Spinat gegessen wurde, ja mehr Muskeln vorhanden waren als in der Kontrollgruppe. Also selbst wenn du jetzt aber ein Kilo Spinat jeden Tag isst, dann darfst du natürlich auch auf eine Sache achten und das ist vor allem, wenn du rohen Spinat isst, der hohe Anteil an Oxalsäure. Ja, Oxalsäure ist immer wieder ein Gesprächsstoff, gerade auch unter Veganern oder Rohveganern und ich zähle dir jetzt mal ein paar Lebensmittel auf, die sehr reich an dieser Oxalsäure sind und das ist vor allem Kakao, das ist Mangold, Petersilie, Rhabarber, Rote Beete, aber auch wie gesagt Spinat und vielleicht auch Tee, vor allem hier schwarzer Tee. Und da gilt es eben darauf zu achten, wenn du diese Sachen roh isst, dass du es damit nicht übertreibst, denn eine zu hohe Oxalsäure kann wohl laut Gerüchten zu Nierensteinen führen oder ja in ganz ganz hohen Dosen sogar tödlich wirken. Wir wollen jetzt mal hier nicht den Teufel an die Wand malen, denn da müsste sie schon sehr, sehr viele Kilos essen sozusagen und von daher ja eine Möglichkeit ist, dass du den Spinat dann leicht abkochst oder generell ein bisschen kochst, das neutralisiert oder verringert den Anteil der Spinat oder der Oxalsäure sozusagen. Aber da eben auch nicht darauf achten, dass du das ganze Zeug totkochst, denn dann gehen auch eben die Mineralstoffe und Vitamine verloren. Ansonsten gibt es da noch die sogenannten Phytozytosteroide, also manche Wörter sind echt unmöglich auszusprechen. Also im Spinat stecken wohl sehr viele Substanzen, die eben noch dazu helfen, neben dem Eisen, dass du stark wirst, dass du eine super gute Figur hast. Und das sind eben diese Phytozytosteroide, also ich verlinke dir dieses Wort in die Shownotes auf dem Artikel und diese Steroide wirken auch beim Menschen und können das Muskelwachstum ankurbeln und das haben Forscher in der Ilia Raskin Universität in weiteren Studien herausgefunden. Ich persönlich liebe Spinat im grünen Smoothie, das habe ich ja schon erwähnt. Also mein Lieblingsrezept für meinen favoriten grünen Smoothie ist ganz klar, da ist Spinat drin, da sind ungewaschene Wildkräuter drin, dann ist da eine sehr vollreife Banane drin, dann ist da Vanillepulver drin, also meistens so diese abgeschodene Vanille. Und ich haue als Greens dann eben verschiedene Greens rein, die ich noch habe, also Pulver, wie beispielsweise Gerstengras, Weizengras, manchmal Chlorella, Spirulina. Allerdings bei Chlorella, Spirulina vorsichtig sein, weil dann hast du relativ schnell einen Algengeschmack da, also eher wenig Nutzen. Oder wenn es halt richtig, richtig süß sein soll, dann haue ich mir eben Athletic Greens rein, eine kleine Packung oder eine Portion, dann wird es richtig, richtig süß. Und der Geheimtipp, tu etwas Minze mit dazu. Dadurch wird es richtig, richtig frisch und dann noch ein paar oder eine halbe Zitrone und dann hast du einen richtig, richtig frischen, minzigen Vanille grünen Smoothie. Ich, ich liebe es. Ich habe dir aber hier noch mehrere Rezepte auch mitgebracht, unter anderem aus dem Buch, die offizielle Scheiner-Studie, das Kochbuchprogramm. Also auch hier wird natürlich Spinat empfohlen. Ich schalte es hier mal in die Kamera. Das Rezept gibt es auch auf dem Blog natürlich. Auch hier ist Naturtofu drin, Spinat drin, da ist Knoblauch drin, da sind, wie ich hier sehe, noch Reis-Rasagnen-Better mit drin. Also das hier eine richtig, richtig, eine Gemüselasagne, richtig, richtig proteinreich, richtig reich an Mineralstoffen. Kann ich dir nur ans Herz legen, schmeckt hervorragend. Und auch aus dem neuen Buch Peace Food, die Keto-Tour von Dr. Rüdiger Dahlke, den wir ja auch schon des Öfteren bei uns hatten. Hier eines meiner Lieblingsrezepte, Lupinen, geschnetzeltes in Pilzrahm. Auch hier zusammen mit Lupinen der Spinat mit drin und Kokosöl. Also das kann ja nur richtig, richtig gut schmecken. Übrigens Low Carb auch noch und richtig lecker, richtig reich an Mineralstoffen und Proteinen. Also auch dieses Rezept verlinke ich dir und du darfst bekannt sein, wir werden in Zukunft mehr über das Thema Vegan, Ketogen und Vegan Low Carb berichten. Diese Bücher holst du dir übrigens auch im günstigen Audible-Abo, beziehungsweise Audible kriegst du ein Buch komplett kostenfrei. Da kannst du dir auch die China Study komplett kostenfrei runterladen, Link findest du immer in den Shownotes. Wenn du über meinen Link da abschließt, bekomme ich eine kleine Provision und du bekommst das komplette Buch gratis. Das kennst du ja schon. Also ansonsten, wie gesagt, Spinat, eines meiner Favorites, weil es einfach richtig, richtig reich ist. Wir schauen uns mal den Bio-Blatt Spinat hier an, in der Tiefkühlvariante. Ich bin natürlich ein Fan davon, wenn du es eben auch unverpackt, nicht in Plastik, sondern eben frisch kaufst. Das ist noch besser, den hatte ich jetzt nicht da. Aber wir haben hier beim Spinat gerade mal 22 Kalorien auf 100 Gramm, das ist gar nichts. Wir haben dafür 3 Gramm Eiweiß und jeweils unter 0,5 Gramm Kohlenhydrate, wenig Salz. Also das ganze Ding besteht nur aus Eiweiß und die ganzen Mikronährstoffe sind hier nicht mal aufgelistet. Die sind hier nämlich richtig, richtig groß. Ja, in diesem Sinne hoffe ich dir auch heute wieder mit dem Spinat schöne Inspirationen gegeben zu haben. Probier den mal aus, wieder in deinen Speiseplan zu integrieren. Ich kann es nur empfehlen, es ist wie gesagt reich an Eiweiß, reich an Mikronährstoffen, aber gleichzeitig ganz, ganz wenige Kalorien. Es schmeckt mega lecker, du hast jetzt hier direkt 3 Rezepte mitbekommen. Und in den Show Notes bekommst du viel, viel mehr Informationen auch zur Oxalsäure. Also definitiv Spinat von mir, eines der Top-Lebensmittel, um sexy auszusehen, Muskeln aufzubauen, richtig, richtig lecker zu essen, Kalorienarm zu essen, mit richtig vielen Nährstoffen. Und zum Schluss der Tipp, Spinat bitte immer, immer Bio kaufen und wenn es geht, richtig, richtig hochwertiges Bio. Denn Spinat kann sonst sehr, sehr, sehr viele, ja, nicht so tolle Stoffe in Form von Chemie enthalten. In diesem Sinne wünsche ich dir auch diese Woche wieder, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli. Und wenn dir der Podcast gefallen hat oder wenn du Menschen kennst, die ja Spinat auch gerne mögen, dann leite ihnen diesen Podcast weiter und hinterlasse uns eine Rezension in iTunes. Es dauert zwei Minuten und du hast wieder was für uns auch Kleines getan. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, dein Christian.